es ist ein geschenk es wird dich stark machen die auf deinem weg helfen wenn du den energiestoß überstehst ok zu viel energie leite energie zu system gesundheit rüstung position die maximale gesundheit erhöht dauerhaft die maximale musik kapazität munition ist wirklich verkehrt es ist bei meiner zuweilung sie scheint dir zu bekommen ich entsperre die restlichen zellen in der station für dich wager die im wasser will 61.337 uac angestellte verstorben 81 prozent der einrichtung abgeriegelt dämonische präsenz auf der gesamten anlage extrem hoch laut dr haydons aufzeichnungen begann die invasion in den lazarus laboren offenbar wurde eine höllenwelle aktiviert die 64 prozent der uac belegschaft in die kreaturen verwandelt hat die jetzt die anlage bevölkern der rest wurde von den dämonen getötet die olivia piers aus ihren zellen befreit hat ich glaube ich muss mich für das was hier geschehen ist entschuldigen einige meiner angestellten haben es zu weit getreten olivia ist für all das hier verantwortlich und ich glaube dass du dich irgendwann um sie kümmern musst du hältst vielleicht nichts von unserer forschung aber du musst wissen wir haben die helle und ihre ressourcen nur genutzt weil das im interesse der menschheit war was hier in dieser einrichtung geschehen ist das ist der preis für den fortschritt aber das ist jetzt nicht wichtig es gab einen vorfall in der die regulatoren wurden zerstört und die kerntemperatur destabilisiert sich sie haben den angrenzenden bereich überhand du musst die entlüftungsturbinen wieder aktivieren eine kernschmelze wird keiner von uns überleben war ja auch klar oder sowas kommen wir jetzt hier rechts rum ja was wir da noch haben keine ahnung ach da kamen wir noch gar nicht hin wo müssen wir denn jetzt sowieso hin wir müssen jetzt hin die türen und die türen sind alle abgeschlossen ok wir haben noch kein ziel weil wir wahrscheinlich noch nicht draußen sind siehst du jetzt kommt es erst jetzt kommt ein ziel wir müssen sowieso hier hin ja ich weiß nicht man könnte jetzt noch alles hier abklappern wir könnten wieder zurück wir könnten noch hier irgendwo hin und da hin oder so ich weiß nicht haben wir jetzt eine rote schlüsselnummer könnte man hier nochmal rein ach das hier sind noch rüstungsdinger ne oder oder komm die wollen wir Elite genau Elite wachen komm die wollen wir würde ich auf jeden fall noch mitnehmen ja komm das nehmen wir nochmal mit können wir da dann ziel drauf sitzen oder so auf die hier auf die hier ne schade hm ok gehen wir nochmal wieder zurück la 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 ich weiß auch gar nicht ob die monster wieder kommen hier ach da müssen wir alles nochmal neu spielen irgendwie oh ok müssen wir jetzt ein bisschen besser aufpassen damit wir ein bisschen stärker werden ja naja wachen dass wir jetzt ne 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 hier gefunden. Finde deinen Wein. Fortsetzen. Bayern beenden? Nein, wir wollen fortsetzen. Jetzt wollen wir zum Kernkraft. Gießerei? Da steht jetzt Gießerei. Ok. Kernschmelze. Die ist in der Gießerei. Weil sowieso schon warm genug ist. Wir haben die hier noch gar nicht aufgefüllt. Leicht bewegt. Bewegt dich mit voller Geschwindigkeit und nutzt du von aufgeladerten Energie. Vergittst die Erholungszeit der Pistole nach jedem aufgeladerten Energieschuss. Also das ist der aufgeladene. Ok. Nehmen wir den oder nehmen wir lieber hier? Ich würde immer noch nichts dran machen. Wer hat die Aufladezahl entfernt? Die Aufladezeit des Explosivschusses. Schnellere Erholung. Ich weiß auch nicht, wie ich damit zufrieden bin. Die weitere Analyse des aktiven Pretorenanzugs hat ergeben, dass ich die Verbesserung ihres Arsenals durch die Bewertung ihrer Kampfeffizienz beschleunigen kann. Ich habe ihre Helmanzeige entsprechend erweitert. Die Anlage wird dich nicht in den Turbinenraum lassen, solange die dämonische Bedrohung in der Gießerei nicht beseitigt wurde. Unsere Sicherheitssysteme lassen sich nicht überbrücken. Ok. Welche Anzeige wurde dann jetzt erweitert? Ok. Wir müssen da hin, da hin, da hin, da hin, da hin. Ich vernichte 4 Blutmester. 1, 2, 3, 4. Ok. Das ist Rüstung, da ist ein Datenprotokoll. Und sowas da. Was ist das denn da? Keine Ahnung. Achso. Felddrohnen. Achso. Ok. 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 Hallo Leute. Da sind Leute. Hier sind ganz viele Leute. Oh. Hallo. Ich bin hier runter. Ok. Jetzt muss man hier. Ich bin hier. Ich bin hier runter. Ich bin hier runter. Hier, hier 없습니다. Hallo. Der will nun, na gut, den, den, runter, oh, kann man hier, nehmen wir da noch jemanden. Hä, was haben wir denn hier? Zielfernrohr, ok, Mikrorakete, naja, da können wir ja ja mit dir hier. Fühlt an ein taktisches Zielfernrohr zu. Oh, ja, oh, ok, wie gut, dass wir jetzt mit dem einen Punkt gewartet haben, jetzt können wir die nämlich aufrüsten hier. Urambeschichtung, abgefeuerte Kugeln durchdringen beim Zoomen ihre Ziele, ok. Schädelspalter beim Zoomen abgefeuerte Kugeln verursachen zusätzlichen Kopfschussschaden. Und will dich schneller, wenn du mit dem taktischen Zielfernrohr schnell gezogen hast, ok. Geht eigentlich. Was wir jetzt hier nehmen, weiß ich jetzt auch noch nicht so ganz genau. Ich warte damit noch ein bisschen, damit wir mal eben, bereit, wie ist das wahr? Also, steht jetzt was, wofür das und hier und da und hier ist. Okay. Wir müssen da oben irgendwo rein. Da ist die Rüste. Okay, jetzt. There wir sind also ein bisschen dovefen. Oh, net. Get in, die Eine. Oh. Da ist ein Rüste. Okay. Weeeeeee. Kommt da einer? Oh, oh. Oh, 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 oh. Okay. Anemoto. Okay, ich bin hier. Okay. Ich bin da. Ich bin da. Okay, haben die sich jetzt selber gekauft? Oder was? Hallo. Ach, wirklich? Wollen wir da lang? Eigentlich egal. Hier ist doch irgendwas drin. Oh. Wiedergabe verfügbar. Okay. Einmal einen Handscanner. Warum? Machen wir das hier. Ja. Ähm. Warte mal. Mit einem Kopfschuss. Machen wir Kopfschüsse? Sollten wir machen, ne? Wenn Zungen abgefeuerte Kugeln verursachen, zudem Kopfschussschaden. Ich glaube wir machen das hier, weil ich weiß nicht, ob ich immer auf Kopfschüsse setzen würde. oder Sätze. Oh. Ah. Okay. Ich muss ja jetzt erstmal den anderen da hinterherlaufen. Und wenn wir alle den... Warte. Vollkehrige, damit ich da aufmachen kann. Sorry, ne? Äh. Oh. War das jetzt gut? Wir sind jetzt unten. Hm. Nach da? Öh. Okay. Kann ich... Kann ich noch weiter runter? Ich... Sieht zwar so aus, aber ich bin mir nicht sicher. Kommen wir nun mal hier? Was können wir damit noch? Können wir das hier weiter verstärken, ne? Äh. Weniger Schaden durch eigene Waffe. Das macht keinen Sinn. Äh. Achso, das passiert. Okay. Dann haben wir... Versteckte Effizienz... Ausrüstungssysteme. Verkürzten Anladungszeit für Ausrüstung. Wahrscheinlich sind das die Granaten, die dann schneller nachgeladen werden. Verbesser... Äh. Wenn ein... Verstärker erhöht... Auf... Aufhört zu wirken, wird eine gefällige Schokolade ausgelöst. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber... Okay. Okay. Wir nehmen das einfach mal mit. Äh... Bei... Aktivierung... Fühlt... Okay. Okay. So. So. Und dann... Weilen wir lang... Ok, hier ist das hier fest. Ok, der hält sich dann automatisch. Sehr interessant, also können wir da gar nicht über, oder? Ich bin zu früh abgesprungen. Was weißt du? Keine Ahnung. 8 Bezüge wieder oben. 5 Bezüge wieder. Guten Tag. Ja, aber tut mir leid, ich brauche aber mal eben deinen Arm. Tja. Tja. Ok, warum wir jetzt da fahren, keine Ahnung, aber egal. So, Hand her. Zugang gestattet. Ok, super, dankeschön. Gas weg, versiegelt. Und? Ah, mal raus hier. Ok. Ok. Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Ah. Ich krieg irgendwie... Kein... Kriegen wir. Oha. Gott. W drum, gewollt. Oh. oh oh so das hat nicht geklappt die mir das große Produkt ok dämonische Bedrohung reduziert um 25% ok aber nur 25% ja ok gut, ist aber mehr bis als nix oder? Achtung ok ich dachte wir könnten hier noch was hier wäre ja was für Secret Secret? also für ein Geheimnis ok man muss also in der Hölle gehen um halt Energie zu kriegen das haben wir halt herausgefunden jetzt ok noch nicht ok so wir sind hier da oben waren wir ich geh nochmal hier zurück wir müssen nach oben wir müssen nach oben nach oben gut Rüstung brauchen wir eigentlich ja nicht aber immerhin auch gucken toll so 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 und da müssen wir rüber nach jetzt sind wir hier geheimnis gefunden nach oben nach oben nach oben nach oben nach oben nach oben ok wie taue k Jetzt kommen wir hier rüber, aber andersrum nicht. Naja, okay. Ähm, ja. Ja. Okay, wo wollen wir denn jetzt? Das ist mir geradeaus. Und genau vor uns ist auch ein Nest. Ja gut, das hier können wir noch nicht nehmen, weil... Wenn wir so weit voll sind. Warum sind wir jetzt keine mehr hier? Wollen wir hier? Ja.